Die skandinavische Nation wird weiterhin als eines der reichsten Länder der Welt. Aber ist das wirklich so? Und wenn ja, warum? Historisch gesehen war Norwegen immer der arme Cousin von Schweden und Dänemark. Heute ist die Situation etwas anders. Großes Land, kleine Bevölkerung. Bevor wir uns dem offensichtlichen schwarzen Gold zuwenden, gibt es noch andere Aspekte zu beachten, die oft übersehen werden. In erster Linie hat Norwegen eine riesige Landmasse. Küstenlinie und Gewässer, aber eine relativ kleine Bevölkerung. Diese Kombination bedeutet, dass das Geld, das mit dem Land und dem Meer verdient wird, viel, viel weiter reicht, als du vielleicht erwartest. Das gleiche gilt für Norwegens nordische Geschwister. Schweden, Finnland, Island und in geringem Maße auch Dänemark. Eine helfende Hand der Natur. Die Lage auf dem Planeten hat Norwegen in vielerlei Hinsicht Vorteile gebracht. Das Land ist mit natürlichen Ressourcen gesegnet. Die kalten Gewässer rund um das Land bieten seit Jahrhunderten reiche Fischereimöglichkeiten. Und das ist auch heute noch so. Obwohl die Lofoten für ihren Tourismus bekannt sind, spielt die Fischerei-Industrie immer noch eine wichtige Rolle für lokale Wirtschaft. Trotz der kalten Winter hat auch die Landwirtschaft schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Aber natürlich änderte sich das Schicksal Norwegens mit der Entdeckung einer weiteren, noch wertvolleren Ressource, die sich unter dem Wasser verbirgt. Die Entdeckung von Öl. Noch in den späten 1950er Jahren glaubte kaum jemand in der Branche, dass der norwegische Kontinentalschelf, der Meeresboden vor der norwegischen Küste, reich an Öl- und Gasvorkommen sein könnte. Erst die Entdeckung von Gas in den Niederlanden brachte einige dazu, die Nordsee wieder ins Auge zu fassen. Philips Petroleum war der erste, der 1962 bei den norwegischen Behörden einen Antrag auf Erlaubnis zur Exploration in der Nordsee stellte. Zu diesem Zeitpunkt beanspruchte die norwegische Regierung die Hoheit über große Offshore-Gebiete, vergab aber Lizenzen für seismische Untersuchungen an private Unternehmen. Trotz einiger anfälliger Rückschläge kam die Branche 1969 mit der großen Entdeckung des heutigen Eco-Fisk-Feldes in Schwung. Die Regierung gab die Lizenzen nach und nach frei, vor allem an internationale Unternehmen, bis 1972 Stadtoll gegründet wurde, wodurch der Staat ein direktes Interesse daran hatte. Ein wichtiger Beitrag In den letzten 40 Jahren haben die Erdölvorkommen auf dem norwegischen Festlandsockel erheblich zum Wirtschaftswachstum Norwegens beigetragen und einen Großteil des Wohlfahrtsstaates finanziert. Nach Angaben der Regierung hat die Branche einen Wert von mehr als 12 Milliarden NOC in aktuellen Zahlen geschaffen. Auf der Webseite der Regierung heißt es, dass der Öl- und Gassektor etwa 23 Prozent der norwegischen Wertschöpfung ausmacht. Mehr als doppelt so viel wie die verarbeitende Industrie. Während die Entdeckung des Öls ein reiner Zufall war, ist die Art und Weise, wie Norwegen die beträchtlichen Mittel, die die Branche erwirtschaftet hat, verwaltet und verwendet hat, natürlich eine ganz andere Geschichte. Der Fonds Der Government Pension Fund Global ist ein Fonds, in den die Überschüsse aus den norwegischen Erdöleinnahmen eingezahlt und investiert werden. Das Geld stammt aus den Steuern der Betreibergesellschaften, den Gebühren für Explorationslizenzen, den Dividenden der teilweise in Staatsbesitz befindlichen Stadthoi und den Gewinnen aus der direkten finanziellen Beteiligung des Staates an einigen Feldern. Der Fonds wurde 1990 eingerichtet, um die Auswirkungen des erwarteten Einkommensrückgangs aufzufangen und die störenden Auswirkungen schwankender Ölpreise auszugleichen. Es wird erwartet, dass die Gelder, die in den Fonds fließen, in den kommenden Jahren deutlich sinken werden. Daher war die Frage, wie das Geld investiert wird, noch nie so wichtig wie heute. Angesichts der schieren Größe des Fonds schwankt sein Wert täglich beträchtlich. Aber zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts lag er bei knapp über 8000 Milliarden norwegischen Kronen. Zum 31. Dezember 2017 war das Vermögen des Fonds zu zwei Dritteln in Aktienanlagen, zu etwas mehr als 30 Prozent in festverzinslichen Anlagen und zu einem relativ kleinen Teil in Immobilien angelegt. Der Government Pension Fund Global spart für zukünftige Generationen in Norwegen. Eines Tages wird das Öl ausgehen, aber die Rendite des Fonds wird weiterhin der norwegischen Bevölkerung zugutekommen. Norges Bank Investment Management Also dann, was ist deine Meinung zu diesem Thema? Schreib es uns gerne unten in die Kommentare.